JETZT BIM SHERDAN SHAKIRI! BITTE SCHÖN, ROMAN! Ja, es ist an allen Security vorbei. Mit dem Handy und der Hand so viel SMS, wie du jetzt gerade geschrieben hast. Überkommen oder selber geschrieben? Ich glaube eher überkommen. Also komm, erzähl mal, wie fühlt es sich an? Ich weiss, es ist zum zweiten Mal, aber bei mir klingt es, dieses Mal ist es vielleicht noch etwas spezieller, oder? Sicher, ja. Ich glaube, wenn man die ganze Saison anschaut, haben wir eine riesige Saison gespielt. Die ganze Mannschaft hat wirklich eine super Saison gespielt. Schade, dass wir natürlich in der Liga, wo natürlich unbedingt auch anderen gewinnen wollten, dass wir es nicht geschafft haben. Aber trotzdem haben wir in der Champions League auch eine sehr gute Saison gespielt. Dementsprechend hat man das, heute ist es sicher nicht das beste Spiel von uns gewesen, aber wir haben es am Schluss geschafft und das hat uns das ganze Jahr gezeigt, wie gut wir sind und heute haben wir das verdient gewonnen. Wir sind ganz in einer Nähe gewesen, bist du eigentlich die ganze Zeit hingelaufen, da hin und her. Wie lange hoffen wir, dass es vielleicht gleich noch reicht? Einfach bis der letzte Stieg wechseln? Du, ich bin ja eher ein offensiver Spieler. Aber dem Laden weiss es sicher auch, es ist schwierig, wenn 1-0 ist, dass es noch ein offensiver reinkommt. Vielleicht ein bisschen mehr Spektakel, hätte ich auch gut gemacht. Ja, nein, also ganz klar, am Schluss will man sicher immer dabei sein, aber ich kann natürlich sicher auch etwas beitragen, oder ganz, eine Menge, vor allem im Halbfinale, von dem her bin ich sehr stolz, dass wir, oder ich auch zum zweiten Mal an den Pokal gewinnen können. Der erste Schweizer, zweimal Champions League. Der erste Schweizer, ja. Du hast es selber gesagt, du hast selber etwas dazu beitragen können. Ja. Fühlt es sich anders an das Mal? Das Mal hast du viel mehr Spielzeit gehabt, zweiter Champions League Titel, das ist ein besseres Gefühl, oder? Ja, das ist klar, ich glaube immer, wenn man etwas, oder viele Spiele gehabt hätten, die ganze Saison, und nachher so einen Pokal gewinnen, ich glaube, man sieht ja Barcelona, egal wer auf dem Platz ist, die Qualität ist da. Das haben wir damals auch mit dem FC Bayern schon gehabt, und ja, ich bin wirklich froh, dass ich da auch jetzt auch noch beitragen konnte. Und ja, ich bin sehr stolz, dass ich auch der erste Schweizer bin, dass ich zwei Champions League Titel vollstange. Okay, also wir lassen dich wieder feiern gehen. Am Mittwoch wäre noch Nations League. Morgen ist aber noch eine grosse Party, wir denken, oder? Ja, in der National League. Könntest du dich jetzt abmelden, da gerade? Ja, in der National League hat noch Zeit, aber ich komme, ich komme. Okay. Stern und Shaqiri, danke vielmal. Tschüss, sehr. Herzlichen Gratulation, danke vielmal.